Welcome back ladies and gentlemen, ich bin Salp Psycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns wieder in Ghostwatches und ich habe jetzt noch die Drohne am Start, ich habe aber ein paar kleine andere Änderungen vorgenommen. Ich weiß jedoch nicht wie die Bildqualität dadurch ist und allgemein alles, ob es mehr leckt, ob es weniger leckt. Da gerne euer Fazit verglichen mit dem letzten Video, schaut da gerne nochmal rein. Das war das als wir einen neuen Geist hatten, um jetzt nicht zu viel zu spudern für alle die es nicht gesehen haben. Und jetzt befinden wir uns hier in der Kirche und rasieren erstmal. Das Problem ist, hier kommt bis jetzt noch nicht auf euer Feedback eingehen, da ich noch in der Vorproduktion bin. Deswegen muss ich erst bis Sonntag warten, was ihr seit diesem Video gesehen habt und dann kann ich darauf eingehen bzw. Änderungen vornehmen. So, wir starten wie immer. Die Drohne ist noch am Start, die fehlt einfach, wenn die nicht da ist. Aber ich habe das Gefühl, es leckt weniger, aber ich weiß nicht wie die Bildqualität am Ende ist. Deswegen da bin ich dann gespannt, was ihr sagt. Hier mit 5, Red 5. Und tschüss, ist es warm. 47, das geht Richtung Diamond, glaube ich. Ah ja, warte, ich brauche ihn ja noch. Er geht wieder, er geht wieder. Er geht wieder. Wo bist du hin? Er ist hier lang, ja. Red 5, Red 5. Und 50. Ich weiß gar nicht, geht es bis 50? Also jetzt, hier seht ihr Red 5, dass, wenn ihr 5 Lichter habt, ist es eben eine 5. Wenn ihr aber unten auf dem Gerät, das hat man jetzt nicht gesehen. Hier, diese Lichter leuchten, das ist Red 5. Ich glaube, ich werde meine Facecam in eine andere Räcke packen für Ghostwatcher, damit man das einfach besser sehen kann in Zukunft. So, aber wir hatten Red 5, ladies and gentlemen. Und wir hatten hier 45 bis 55. Alter, ist es warm. Okay, Vampir, ja okay, das können jetzt eine neue, oh mein Gott, das können eine neue Geiste sein. Und wir haben Red 5. Marinette oder Dämon. Ähm, 500 bis 1000 von einem Bierchen. Selber. Fußspuren. Da brauchen wir entweder hinterlässt keine Fußspuren oder Blutflecken. Ich, ich kenne beide Geister noch nicht. Ich kenne sie, die Marinette kenne ich vom Skistand, aber das war es auch schon. Okay, Kritzeleien oder ein Schädel. Also können wir theoretisch auch hier auf die sichere Variante hier warten. Aber mega. Das erste Mal Red 5, das erste Mal so eine hohe Temperatur. Ich bin gerade mega gehypt. Ich, ich kollabiere bald. Und das ist kein Scheiß. Also, doch schon, aber, also ich werde nicht, aber ich fühle mich gerade so. Alle Kesselmaus anzünden mache ich nicht, wenn das ein Dämon ist. Mit dem Gespenst bei Rundfunk reden, ja, so schaue ich aus. Mache ein Foto von der Antwort, das machen wir. Foto, Foto. Machen Sie ein Foto, Foto. Also von, warte, Zeichnung und Beaterbrennen. Okay, machen wir. Da habe ich nichts dagegen, das können wir gerne machen. Aber, ne, ich rede nicht mit dem. Schaue ich so aus? Also, scheint schon. Was hilft denn gegen ein Dämon? Kein Gegenstand der Lenkung. Oh, shit. Ich kann kotzen. Und Marionette, genau der gleiche Scheiß. Schütz nicht. Bam, bam, bam. Und, was war das andere? Dämon. Schütz nicht. Bam, bam, bam. Das wird eng den Dämon zu kriegen. Oder die Marionette. Ne, denn diese Gegenstände haben mir normalerweise geholfen. Jetzt interessiert mich mal, ob ich von den anderen Gegenständen mehr mitnehmen kann. Weil dann wird zwar ein hoher Verschleiß, aber ich habe genug Cash. Wir haben 7.970. So, ich nehme jetzt einfach hier mal normales Salz. Kaufen. Ob ich davon mehr mitnehmen kann. Nein. Wir müssen, wir brauchen dann zwei Gegenstände, die ich schützen. Fakt ist aber, hier sind es nur die Granaten beim Dämon und hier sind es Salz und die Fackel. Okay. Ich warte jetzt hier. Ich werde für euch vielleicht ein Stück rauskarten, aber ich werde da nicht reingehen, wenn ich nicht weiß, was hier abgeht. Jetzt bereue ich natürlich, dass ich Ektoplasma anhab, weil das macht das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger. Aber wir könnten vielleicht einen Dämon und eine Marionette haben. Bevor wir den Geist erkannt haben und hier in dieses wunderschöne Gerät eintragen, ist es sowieso Waintrain. Sehen wir ihn ja nicht. Da sehen wir ja nur seine schemenhafte Gestalt, aber ich gehe kein Risiko ein. Ich habe jetzt kein Risiko mehr ein. Also, mach was. Ich traue mich da nicht mal reinzugehen. Warte. Hier haben wir einmal Salz. Und was brauchen wir für den Dämon? Da brauchen wir... Wo hat man das? Ah, nee, die Fackel. Verärgert zwar, aber Fackel haben wir bei beiden. Fackel haben wir bei beiden. Nur in der Hoffnung, dass wir vielleicht die Fackel bei... Also, dass eine Marionette ist bei der Fackel. Das ist ja... So. Ich will das hier nämlich alles ein bisschen nach vorne packen. In der Hoffnung, dass er dann vielleicht eher reingeht. Ich gehe da jetzt kein Risiko ein. Ich gehe da jetzt kein Risiko ein. Wir machen hier mal die Tür auf. Ich... Nee. Ich gehe... Nein. Runtergehen? Wir haben Sinnvollsten. Ja, weil unten der Geist ist. Klar. Aber... Nein. Mein Alter, dass sie wirklich auch so auf mein Schädel bringt. Ich bin wirklich Harles. So. Die Fackel ist halt insofern doof, weil wieder Performance mit blablabla. Also, schüss. Aber es sollte funktion... Ich hoffe, es funktioniert. Okay. Ghostie. Komm her. Komm her. Er soll damit interagieren. Er soll damit interagieren. Also, wir haben bis jetzt 500 bis 100... Wir haben das hier. Wir brauchen Fußspuren. Also, eigentlich könnte ich hier durchgehen. Wir brauchen Blutflecken. Ich versuch's. Wir brauchen aber noch ein Gegenstand. Irgendwas. Wir brauchen halt noch irgendwas, damit ich... Na, wenn ich den sonst verliere, habe ich ein Problem. Ihr könnt eine Bombe mitnehmen. Na, wobei, Bomben sind teuer. Wir nehmen Salz mit. So. Einfach nur damit wir einen Gegenstand haben, den wir verlieren können. Damit wir dann unsere Fackel noch in der Hand haben, dort erjagen. Er ist in der Nähe. Das ist schon mal sehr gut. Und ich weiß nicht, was das die ganze Zeit für ein Step-Sound ist. Das ist richtig bescheiden. Aber ich sehe keine Fußspuren. Ladies and gentlemen. Ich gehe mal nach unten. Unten ist so seine Hood. Keller. Hallo. Klar, ist seine Hood. Wir können hier mal einfach so ein bisschen rumgehen und die Kerzen anzünden. Geht nämlich mit dieser Fackel auch. Finde ich sehr cool. Aber ich sehe hier nichts. Ich sehe keine Fußspuren. Oh, oh. Er war hier in der Nähe. Ganz schnell raus. Ganz schnell raus. Ganz schnell raus. Ganz schnell raus. Guck, haben wir auch noch eine Kerze. Wie viele soll ich anz... Alle? Nicht alle. Okay, ich habe keine Fußspuren. Und wenn wir keine Fußspuren haben, haben wir einen Dämon. Dann brauchen wir Granaten. Wenn wir jetzt einen Dämon haben, das wäre der schönste Tag in meinem Leben. Was ist billiger? Die Silberne. Ja gut, hätte ich mir denken können. Und Videocam. Okay, mach mal. Mach mal. Wir scouten uns zumindest schon mal. Okay. Okay. Hier ist immer noch nichts. Abmarsch. Wir scouten schon mal die ersten zwei Kugeln. Ich gehe einfach vom Dämon aus. Sollten wir hier irgendwo Fußspuren sehen, sind wir natürlich gefickt. Aber wir haben die Fackeln noch dabei. Das ist unser Allround-Gegenstand. Und sollte das ein Dämon sein, haben wir die Granate. Hier ist alles clear. Er ist in meiner Nähe. Er ist in meiner Nähe. Okay. Aber hier sehe ich nichts. Ich schaue unten auf den Bildschirm. Den könnt ihr ja zum Glück auch einsehen. Hier haben wir den Spiegel. Hier ist alles clear. Bei beide brauchen wir nämlich... Okay. Hier haben wir einmal. Checkt. Das ist schon mal gut zu wissen. Hier ist alles clear. Ich weiß nicht, was das ist. Das habe ich immer nur hier bei Ghostwatchers. Als ob hier irgendjemand drin ist. Hier ist alles clear. Hier hat er immer noch nichts gemacht? Nein. Okay. Wir brauchen jetzt noch das zweite. Das geht. Ich wollte gerade sagen, der ist viel zu harmlos für den Dämon. Ich hätte es nicht denken sollen. Ich werfe die Bombe. Es hat geholfen. Er ist abgewertet, ladies and gentlemen. Wir haben einen Dämon. Das Salz wäre billiger, aber... Warte, wie viel kostet das Salz? Ja. Das ist viel billiger als die Granate. Aber alles ist scheißteuer bei ihm. Was haben wir noch? Weihwasser. Wie viel teuer bist du? 50. Okay. Wir gehen jetzt hier... Oh, ne. Hat mehr noch. Wir gehen aufs Weihwasser. Sparen wir uns ein bisschen was. Also. Ich hoffe, dass er jetzt hier bald interagiert. Probieren wir noch nichts? Wir gehen wieder auf die Suche. Also ganz hinten wissen wir erste Bubbe. Hier ist ein Kinderspielzeug. Das ist überhaupt nicht gruselig. Nein, das ist vorderlich. Er jagt schon wieder. Dämon halt, ne? Dämon. Wir müssen ihn auf jeden Fall ein bisschen anschwächen. Dann können wir ja rasieren. Okay. Ich suche jetzt hier weiter. Das war richtig dämlich, weil er könnte gleich wiederjagen. Aber wir haben noch unsere Fackel. Die verärgert ihn jedoch. Müssen wir aufpassen. Ich habe nichts getan, um dich zu verärgern. Ja, dieses Kack-Badezimmer. Ne, 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 ne. Da hatte ich schon mal ein lustiges Spielchen mit irgendjemandem. Das war... Ich weiß gar nicht, was das war. Äh, wo ist mein Gegenstand? Wo sind meine Gegenstände? Hier. Okay. Ich brauche... Ich will nur die letzte Kugel. Dann nehme ich dann die Fackel ins Gesicht. Vielleicht... Zeig... Okay, hier ist die zweite Kugel. Okay, check. Ab nach oben, ab nach draußen. Wollte gerade sagen, jetzt muss ich schnell gehen, aber... Nö. Das sieht anders. Vielleicht haben wir Glück und der greift nicht an, aber wir sind dead. Ach, nicht mehr. Ich laufe trotzdem, soweit ich kann. Okay. Endlich ein Knurren. Und unkontrolliert. Sehr schön. Er knurrt mich an. Warum ist denn Rundfunk? Knurren. Und da haben wir unkontrolliert. Chaotisch. Okay, dann haben wir den Dämon. Knurren. Und hier unten können wir raten. Aggressiv. Ich hoffe, er ist nicht aggressiv. Ich hoffe, er ist gequält. Und das wäre natürlich... Beschissen. Das ist beschissen. So, also. Blick haben wir genug kält. Heiliges Salz. Plasma-Absorber. Plasma-Absorber? 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 Wie soll ich... Wie soll ich mir das vorstellen? Sollen wir dann erstmal eine Kugel absorben, oder was? Hä, wie soll ich mir das vorstellen? Heiliges Salz. Plasma-Absorber. Okay. Also. Wie soll ich mir das vorstellen? Also, ich gehe jetzt nochmal hier auf Geräte und schaue mir an. Plasma-Absorber. Die müssen ganz unten sein. Äh... Erdemaschine. Kinder-Spielzeug. Also, Absorber würde ich jetzt einfach mal... Plasma-Absorber. Erda! Ach so. Okay, den habe ich noch nie verwendet. Oben, also hier. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt, aber... Check. Nehmen wir. Fast. Okay. Dann packe ich das schon mal hier hin. Drei Kerzen im Haus anzünden. Das machen wir easy. Alle Türen im Haus schließen. Wieso soll ich das schließen? Keine Ahnung. Aber mach mal. Ich würde ungefähr, wenn wir alle Türen geschlossen haben, werde ich auf... werde ich anfangen zu drainen. Wir brauchen sehr viel Equipment. Das wird auf jeden Fall jetzt Hölle. Drei... goldene Bombe. Check. Also, erstmal heiliges Salz. Plasma-Absorber. Okay. Heiliges Salz. Plasma-Absorber. Dieoretisch wäre es natürlich auch gut mehrere von den Dingern, aber ich glaube, da kann man nur eins mitnehmen. Also. Wackel in die Hand, damit wir irgendwas in der Hand haben. Er wird gleich wieder jagen. Es ist ein Dämon, der ist aggressiv. Gemein. Oh mein Gott, das ist so cool. Ah ne, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Ich habe das Falsche geworfen. Shit, die Walk. Jetzt brauche ich beides wieder. So. Ach ja, dich brauche ich gar nicht. Und einiges Salz. Also das war ein bisschen Fail. Ich dachte mir nur gerade, was hängt da von der Decke und das sieht immer so cool aus. Und jetzt ist es gerade nervig, denn hier werde ich zugespampt. Raustabend wieder rein ist einfach. Ich sollte mir das abgewöhnen. Aber wer geht denn davon aus, dass um 333 zugespampt wird? Weil ihr damit nicht versteht, dass wenn ich so spät zocke, dass ich dann aufnehme. Oh, ich warte jetzt. Wo bist du? Komm her. Totleben, Totleben, Totleben. Okay, Entschuldigung. Das war jetzt nicht so gemein. Ich zünde schon mal drei Kerzen, dann würde ich sagen. Nein, zünde ich nicht. Okay, wir brauchen das heilige Salz. Das ist dann am Ende seine Fraser und ich stelle mich hier für die... Es ist mega laut. Aber da... Vielleicht haben wir dann Glück. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Ah, das hat auch schon geklappt, oder was? Hä, bei wie viel sind wir jetzt? Achso, drei Kerzen sind schon an. Alle Türen im Haus schließen. Okay. Wir haben hier schon gut geschwächt, würde ich sagen. So, jetzt nehmen wir dich hier. Mein Flasch halt Feuerwasser. Und wir nehmen nochmal das heilige Salz mit. Damit wir hier ein bisschen, ne? Ein bisschen defensiv und so. Aha, Pertier ist hier. Denn jetzt zeige ich euch was. Hier. Cool, ne? Das ist so ein kleiner Trick, den ihr machen könnt. Wenn ihr hier steht. Also auch schon die erste Jagd. Alle Jagden. Dann kann es sein, dass hier die Kugel endet. Oh. Passt, wunderbar. Also. Wir haben hier die letzte Kugel. Wir müssen nur zwei drainen. Den Rest schaffen wir theoretisch. Alle Kerzen löschen könnt ihr ein bisschen. Kommt drauf an. Wir müssen uns merken, wo wir waren. Aber hier, Kugel. Und ich gehe jetzt. Ah. Wir hatten eine hinten. Okay. Jetzt muss es geordnet vorgehen. Ja, jetzt muss es geordnet zugehen. Wir brauchen jetzt genug Gegenstände. Die müssen wir aber erstmal platzieren. In der Hoffnung, dass wir nicht verrecken vorher. Das ist jetzt die Schwierigkeit. Wir müssen genug Gegenstände platzieren, dass wir die ganze Zeit diese nutzen können. Also hier. Bumm. Bumm. Ich werde hier noch mehr Gegenstände runnen. Ich mache das jetzt komplett vorsichtig. Komplett sicher. Das ist jetzt der Knackpunkt. Den Absorber können wir jetzt, brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Der ist unbrauchbar. Den können wir vielleicht bei dem nächsten Drain dann verwenden. Denn hier, seht ihr es, hier hat er noch seine Charge. Ist fast aufgeladen. Also theoretisch könnten wir ihn doch mitnehmen. Hm. Oh Mann. Okay. Wir nehmen ihn doch mit. Denn er hat es mir das eine Charge. Das ist so, wie wenn wir einen Kruzifix hätten oder sowas. Der einzige Nachteil, gleich wird eine Jagd stattfinden. Deswegen nehme ich schon mal einen Gegenstand, mit dem ich gleich wegwerfen werde, sobald wir reingehen. Den ich doppelt habe. Damit werden wir ihn abwehren. In dem Fall. Ich nehme jetzt eine silberne Bombe, um ihn nicht zu verärgern. Oder brauchen wir eine goldene? Die goldene brauchen wir noch. Nehmen wir jetzt eine silberne. Ich verbrate jetzt gerne mein ganzes Geld. Das ist kein Thema, wenn wir den Dämon kriegen. Ne? Ich werfe jetzt als erstes eine silberne Bombe. Dadurch verärgern wir ihn nämlich nicht. Dann stelle ich den Absorber hin. Dann die anderen Gegenstände in die Hand. Dann wird gedraint. Ich brauche die Videocam. So, also. Hier ist jetzt alles. Videocam. Das ist eben eine Bombe. Die gebe ich jetzt auch nicht mehr an aus der Hand. Hier ist das Dingens. Jawohl. Hier ist der Absorber. Ich habe sie jetzt immer in der Hand. Immer vorsichtshalber in der Hand. So. Jetzt stellen wir den Schmarrn hier hin. So. Wenn wir es jetzt natürlich schaffen, da hinzukommen, ohne dass er jagt. Und dadurch haben wir ihn schon ein bisschen geschwächt. Oder deswegen haben wir ihn schon ein bisschen geschwächt. Dann passt es. Denn jetzt können wir drainen. Und ich hoffe, dass das Ding jetzt seine Wirkung zeigt und auch schon aufgeladen ist. Komm schon. Komm schon. Wir schaffen es von der Zeit. Nummer eins. Zwei Gegenstände wieder. Okay. Geordnet vorgehen. Ja, einfach geordnet. So. Droppen jetzt alles wieder draußen. Wir müssen danach das Zeug wieder reinbringen. Also das, was wir gerade gemacht haben, müssen wir gleich nochmal drin machen. Ich nehme jetzt hier die Videocam. Ne, wir nehmen das hier. Er wird mir das droppen. Außer er jagt nicht. Check. Also jetzt brauchen wir nur noch die Kugel unten. Dann haben wir es. Ladies and Gentlemen, dann haben wir es. So. Ist jetzt natürlich insofern doof. Wir müssen jetzt alles wieder zurückbringen. Ne. Und dass ich jetzt hier alle meine Gegenstände draußen habe, ist doof. Aber ich habe hier zum Glück noch den Plasmaabsorber. Indem ich jetzt auch weiß, wie er heißt. So. Check. Warte, die goldene Bombe will ich gerne mitnehmen. Habe ich die noch dabei? Goldene Bombe will ich mitnehmen. Die Gegenstände werden wir eigentlich hier lassen fast schon. Aber ja. Wir haben es ja nicht eilig. Ich werde auch gleich jetzt die Kugel hier draußen nehmen. Einfach nur, damit wir auf der sicheren Seite sind. Die auf jeden Fall haben. Nicht, dass die noch irgendwie verschwindet oder sowas. Das wäre natürlich jetzt ungänstig. So. Oh. Also. Jetzt überlege ich gerade, wo ist der schnellste Weg? Der schnellste Weg ist eigentlich hinten. Ah ne. Durch die Treppe. Rechts im Altar. Aber tricky. Aber tricky. Ich glaube, ich warte lieber an der Tür. Eine Jagd. Und dann gehe ich nach unten und suche nochmal den Spot. Wie gesagt. Das ist jetzt viel laufig. Und das tut mir leid. Aber ich zeige jetzt das ganze Anker. Einfach nur, damit ihr seht. Hey, ich habe es geschafft, gegen den Daimon klar zu kommen. Auf jeden Fall. Na gut. Es kann auch sein, dass ich es nicht schaffe. Aber zumindest habt ihr jetzt meine Taktik. Und soweit wir die einhalten. Soweit wir die einhalten. Soit es machbar sein. Also. Das war jetzt nicht gewollt. So. Jetzt seht ihr hier. Gemütlich drain. Ich habe trotzdem noch den Plasmamserver da. Für eine Fall der Fälle. Aber er kommt hier nicht raus. Kann hier nicht raus. Denn ganz gemütlich. Bum. Wie gesagt. Das ist ein kleiner Trick. Den mache ich auch jetzt nicht immer. Aber. Gegen sowas. Gegen Dämon. Kann man das schon mal machen. So. Und jetzt wieder gleiche Taktik. Wir brauchen jetzt unser. Wo haben wir es denn? Unser Weihwasser. Bum. So. Und jetzt geht es ab nach unten. Wir lassen den jetzt hier. Wir werden hier gleich wahrscheinlich gejagt werden. Die Bombe droppe ich schon mal drin. Dann können wir die in die Hand nehmen. So. Wir haben jetzt einen weiten Weg vor uns. Deswegen brauchen wir genug Gegenstände. Wobei. Ich gehe hier weiter. Ich gehe hier weiter. Die Videocamp bringen wir schon mal hin. Oh mein Gott siehst du cool aus. Oh mein Gott siehst du cool aus. Oh mein Gott siehst du cool aus. So hier war sie. Wunderbar. Bien. Wir haben ihn jetzt noch nicht komplett geschwächt. Denn wenn wir ihn komplett geschwächt haben, ist er immer nur am gleichen Spot. Oh mein Gott du bist so cool. Aber das um die Ecke schon kenne ich. So. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich auch fragen. Hey wieso hast du. Wieso hast du das Sides noch dabei? Ganz einfach. Es kann sein dass er nochmal her. Ich traue den Dämonen hier nicht. Ich traue denen in keinem Spiel. Lieber habe ich immer einen Gegenstand dabei. Für den Fall der Fälle dass ich auf dem Rückweg noch was abbekomme. Als dass ich nicht dabei habe. So. Weiter geht's. Brauchen wir noch den Trainer. Und danach müssen wir den Weg nochmal gehen. Dafür würden wahrscheinlich werden wir nochmal gejagt. Ja wir werden nochmal gejagt. Da brauchen wir dann nämlich noch. Noch einen Schutzgegenstand. Von daher wir können jetzt fast schon gleich trainen. So. Warte. Falsche Richtung. Sorry. Okay wir haben jetzt hier. Einen Schutzgegenstand. Also das hier. Jetzt brauchen wir die Schutzgegenstände. Nein 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 nein. Brauchen wir Schutzgegenstände. Drei Stück. Im besten Fall. Damit wir einen verballern können. Und dann noch zwei haben. Damit wir drainen können. Aber dann noch hinterher wieder rauskommen. Ganz wichtig. Ordnung. Nehmen wir Ordnung. Lieber haben wir jetzt mehr dabei. Und müssen dann vielleicht nochmal irgendwie was raustragen. Als dass wir zu wenig haben und sterben. Also jetzt nehme ich nochmal eine Bombe mit. Und den Partikelschüsselteil da. Die Bombe werde ich wieder schmeißen. Auf jeden Fall dass er angreift. Einfach damit wir ihn beruhigen. Also schützen. Und nicht verärgern. Nicht dass er dann auf einmal chainhuntet. So. Ich hoffe nur dass wir auf den richtigen Gegenstand wechseln. Sollte er jetzt angreifen. Jetzt gleich könnte er wieder anfangen. Das wäre eigentlich sympathisch. Werden wir es schaffen das Ding dahin zu stellen. Haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay wir haben es nicht geschafft. Ich will nämlich den hier nicht opfern. Wir jobben den und wechseln nach oben auf die Bombe. Ich will den noch nicht opfern. So. Hallo. Hallo. Ach du bist so cool. So. Und jetzt. Er hinstellen. Und. Okay was war jetzt das? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Planänderung. Planänderung. Wir haben beide Schutzgegenstände verloren. Abhauen. Abmarsch. Oh oh. Ich habe aus Versehen gedrückt. Okay wir müssen jetzt Gas geben. Wir haben den Plasma absorgt. Aber das Ding können wir jetzt erstmal nicht mehr gebrauchen. Shit. Das war jetzt schön. Das war jetzt ungezigt. Okay. Granate. Check. Heiliges Salz. Check. Weihwasser. Wo haben wir das? Check. Das war jetzt natürlich ungezigt. Das war nicht mein Begern. Und auch dass wir das Ding jetzt ein Stück mitgenommen haben war auch nicht mein Begern. Wir gehen jetzt runter. Ich zieh's durch. Ich zieh's durch. Ich hoffe dass mein Plasmaabsorber dann sich wieder auflebt. So nachher noch. So. Hier ist mein Gerät. Dass wir das mitgenommen haben war dämlich. Aber wir können das hier runterwerfen. Okay. Es jagt. Vielleicht haben wir Glück und der denkt sich gut jetzt müssen wir gerade nicht jagen. Hätt mich auch gewollert. So. D nehmen und wo ist das kack Ding? Wo ist es? Wo ist es? Hä? Ist genau hier. Das war jetzt natürlich fail. Aber er jagt. Das gibt uns genug Zeit. Das gibt uns genug Zeit. Wir schaffen's. Ab nach draußen. Scheiß auf alles. Ab nach draußen. Ab nach draußen. Wir könnten jetzt genug Zeit haben. Was ist die schnellere Route? Da hinten glaube ich. Wobei rechts vielleicht. Aber ab nach draußen. Gebt ja, Junge. Können's jetzt schaffen. Das war die letzte Charge. Danach müssen wir nur noch normal austreiben. Und das können wir. Wir haben's geschafft. Weiß in Dönem. Wir haben's geschafft. Obwohl ich ziemlich krass gefällt hab. Wir haben's. Okay. Wo waren wir bei drei Kerzen? Alle Türen im Haus schließen. Das wird jetzt nochmal Hölle. Da brauchen wir wieder unser Setup. Nummer eins. Nummer zwei. Und was war das dritte? Sind wir ne Bombe? Ich verbrat hier scheiß viel Geld. Ich hab schon knapp 1k verbraten. Aber wenn wir das schaffen, haben wir genug Geld wieder drin. Wir sind jetzt alle Türen im Haus schließen. Und er wird jagen. Ich versuch nur meine... Diese Linie, diese Schlange, die ich laufe, so zu führen, dass wir hier durchgehen. Hier oben alles machen. Hinten die Treppe runter. Unten alles schließen. Und dann hier wieder rauskommen. Abmarsch. Was war das? Achso, das war wieder der Plasma-Absorber. Gut, dass wir die einfach random irgendwo hingestellt haben. Finde ich super. So, wir machen jetzt jede Tür zu. Hier ist keine Tür zum zumachen. Die hier können wir zumachen. Und dann wäre ich hier... Die Außentüren gehen automatisch zu. Alle Türen im Haus schließen hatte ich auch noch nie. Aber das finde ich cool. Man darf jetzt nur keine vergessen. Warte. Die haben wir. Okay. Oben ist alles zu. Es fehlen jetzt nicht mehr viele Türen. Nehmen wir noch eine. Die... Die Tür hier nicht vergessen. Okay. Granate wieder. Damit wir nicht verärgern. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Okay, er hat keine Lust. Finde ich sympathisch. Wenn er jetzt hier hinten ist, habe ich ein Problem. Oh, du Ficker. Oh, oh. Das war nicht die Granate. Nicht die Granate. Ich würde hole nicht die Granate. So, alle Türen sind gleich zu. Eine Tür haben wir jetzt theoretisch nur noch. Nur noch die hier. Check. Alle Türen im Haus schließen. Goldene Bombe, Weihwasser. Gib ihm. Die normale Bombe lasse ich auch. So, Weihwasser. Das habe ich jetzt schon so zu Genüge verbraten. Wäre ja schon klitschnass damit. Aber... Wir haben es danach. Alle Kerzen müssten auch schon aus sein. Goldene Bombe, Weihwasser, Pokéball. Let's go. Und den bringe ich jetzt auch schon mal hier hin. Ich will nicht zu weit reingehen. Ich habe da ein bisschen Schiss vor. Deswegen droppen wir den einfach schon mal hier. Bop, bop, bop. Also. Goldene Bombe, Weihwasser. Jetzt gib ihm. Das ist ein Dermann. Der wird bestimmt gleich da. Wobei, ich... Ich werde ihn jagen. Wieso nicht? Warte. Ich... Lasse das Weihwasser hier. Einfach nur, damit ich nicht den falschen Gegenstand werfe. Und dann die Quest nicht. Aber meistens, wenn wir hier runtergehen, jagt er. Perfekt. Perfekt. Goldene Bombe, Weihwasser. Let's go. Gib ihm. Der kommt von unten. Wo bist du? Okay, nice one. Weihwasser. Weihwasser, Pokéball. Alle Kerzen im Haus schließen. Alle löschen. Haben wir nicht. Oh. Die sind hier wirklich alle noch an? Echt jetzt? Ich hoffe, ich habe... Ich hoffe, ich habe jetzt keine eingelassenen, die doof wäre. Müssen wir hier nochmal durchgehen. Hier im Beistuhl war ich nicht. Ich hatte wirklich die Hoffnung, dass wir alle Kerzen aushaben. Aber gut, dann hole ich mir jetzt eine neue Bombe. Und dann gehen wir nochmal... Ah ne, keine Bombe, sondern nochmal ein Weihwasser. Und dann machen wir nochmal alle Kerzen aus. Wenn wir nur noch das ausmachen, dann Pokéball. Nur noch ausmachen, Pokéball. Hier, ist alles klar? Da, komm mal. Ich gucke mir das Weihwasser. Äh, wo? Da. Okay. Ich bin jetzt im Tryhard-Mode. Der kann mich jetzt mal. Da habe ich natürlich alle Kerzen angemacht, ey. Wahrscheinlich hat eine noch gefehlt, die ich nicht angezündet habe. Und jetzt muss ich alle wieder hier ausmachen. Ihr Wahnsinn. Wie viele Kerzen gibt es denn noch? Wo habe ich denn noch Kerzen angemacht? Oh, da hat er sie angemacht. Warte mal, leuchtet hier drin jetzt wieder was? Okay. Die Bombe. Wie weit wir die Bombe geworfen haben, müssen wir raus. Na, er ruft euch nichts. Außer wir haben es natürlich. Dann... Gib ihm. Ich habe echt alle Kerzen angemacht. Oh ja. Wie nachdem. Oder er macht die Kerzen wieder an. Das... Das würde ich ihm zutrauen. Dass er die Kerzen wieder anmacht. Ich traue das ihm wirklich zu. Warum auch... ... immer Kerzen, aber... ... ich will zum Tudeln. Hallo. Tschüss. Jetzt sehe ich gleich nochmal nach. Und dann steht da, ja, bitte machen Sie alle Kerzen an. Ne, alle Kerzen löschen. Check. Nimm auch ein paar was mit. Ach, wobei, das Salz hilft auch, aber das verärgert ihn nicht. Nimm noch eine Bombe mit. Wie gesagt, ich verbrate jetzt gerne alles. Das hier wird eine XXL-Folge, aber... ... das ziehen wir durch. Das ziehen wir durch. So, jetzt gleich wird er wahrscheinlich wieder jagen. Oh, muss an. Eine Kerze. Immer wenn ich hier runtergehe, jagt er. Perfekt. Er bleibt sich treu. Wo habe ich jetzt noch eine Kerze übersehen? Entschuldigung, ich brauche mein Beibesser. Danke. Wo habe ich jetzt noch eine Kerze übersehen? Verdammt. Die hat er wieder angemacht. Kleine Ratte. Wenn das jetzt so weiter... Oh nein. Ich erinnere mich dann noch an einmal... ... wo wir hier einen Geist hatten, der die ganze Zeit die Kerze... Oh nein. Ich habe ein Déjà-vu mit dem Licht... ... Lichtschalter... ... zu machen. Wer geist die ganze Zeit Lichtschalter ausgemacht hat. Erinnert ihr euch noch? Ich habe hier gerade ein Déjà-vu. Ein gutes. Keine von der guten Sorte. Ist alle die Türen wieder offen? Okay, hier ist alles klar. Das wäre es natürlich, wenn wir jetzt irgendwie die Türen schließen müssen, damit er nicht da hinkommt, um sie auszumachen. Hier wird hoffentlich keine sein. Genau. Wo ist hier noch eine Kerze an? Verdammt. Wo hast du jetzt wieder eine Kerze an gemacht, Kollege? Komm schon. Alle Kerzen löschen. Ja. Ich ziehe das jetzt durch. Brauche eine neue Bombe. Immer wenn ich hier bin, hole ich mir eine neue Bombe. Einfach nur damit wir... Wir müssen ja einfach nur noch jetzt die Zeit haben, da durchzulaufen. Könnte zwar sein, dass wir... Während wir hier unten sind, er wieder was an noch. Was ist das? Achso, das war der nächste Drain. Unten. Bin mir einmal geärgert. Hier ist alles klar. Jetzt wird er gleich wieder jagen, wenn wir hier runterkommen. Das ist doch immer so. Natürlich, das ist was. Die Kerze ist raus. Die da ist noch an. Oder wieder an. Na, komm her. Wieso läuft er eigentlich? Also akustisch, aber wie soll er laufen? Er hat mich auch. Ich muss da vielleicht hinter, also entspann dich. Komm schon. Wir haben's. Wir haben's. Alle Kerzen löschen jetzt nur noch den Dämon fangen. Wir haben's, ladies and gentlemen. Komm her. Komm her. Wir müssen nur noch den Kack-Dämon fangen. Und ich hab genug Cash, damit wir genug Pokerwelle haben, um ihn richtig zu fangen. Jetzt ist nur die Frage, wo geistert er immer rum? Große Preisfrage. Kollegahrich? Wo bist du? Wir werden's jetzt gleich haben. Wir müssen ihn nur noch fangen. Und die Frage... Da ist er. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hm. Hm. Das hat wir getan. Aber der Monologe, Errungenschaft. Bam. Und den müssen wir jetzt natürlich jetzt auch anschauen. Und ja, hier wird's wieder laggen. Ihr kennt es ja schon, aber vielleicht hat's geholfen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das Bild komplett beschissen, dass ihr's nicht sehen könnt. Aber ich würd's trotzdem hochladen. Solltet ihr bis hierhin geschaut haben, dann habt ihr's ja sowieso schon gesehen. Und hier, der Dämon. Dun, dun, dun. Sieht nicht ganz so cool aus, wie ich gedacht hab. Aber allein die Größe, die Fingernägel, die Hörner, die Augen, der Mund, allgemein der ganze Kopf, das Leuchten. Und auch hier die Robe. Sind schon cool. So. Es fehlt nicht mehr viel. Die Marionette. Hm. Der Traumverschlüsseler. Und der Vampir. Aber, ladies and gentlemen, wenn's euch bis hierhin gefallen hat, dann hoffe ich, ihr gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffentlich sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.